Musik WGA Waren- und Gewerbeausstellung in Spiez 2017 wo unter dem Motto «Wir bringen es auf den Punkt» steht. Am Donnerstag am Eröffnungssach findet der Ausbildungsforum statt und danach bekannte Ausbildungsabend. Der Freitag gehört an Hans-Peter Latour, der an der Ausstellung sein neues Buch »Das ist doch ein Schwalbe« signiert, den er übrigens auch am Stand der Reifiser Bank kaufen kann. Am Abend ist Hans-Peter Latour Gast am Unternehmerhaben, der ihn als Referent erleben kann. Während den Feiertagen habt ihr an der WGA die Möglichkeit, am Stand von Sparolei Kassafrutig am Tresor 50'000 Franken zu gewinnen. Die Feuerwehrspiez, die für die Bevölkerung eine wichtige Organisation ist, gibt am Samstag Einblicke in ihre Arbeit und zeigt unter anderem eine kurze Einsatzübung. Für die Kinder haben wir natürlich etwas organisiert. Mit 16 Autos können wir einfach einmal das Rampolin springen, Spielgeräte, Kinder-Party, Vereine, die sich vorstellen und vieles mehr. Die Stadl-Party zum Dritten. Am Samstag findet die bekannte Stadl-Party statt, wo ihr mal wieder richtig festhalten könnt. Sonntagsbrunch, Ländler-Maussung mit Törgel-Papers und unser bekanntes spezielles Lotto darf natürlich nicht fehlen. Wenn ihr mehr über die WGA 2017 wissen wollt, geht ganz einfach auf www.wga-spiez.ch, wo ihr alle Informationen habt. Wir freuen uns auf euren Besuch, euer WGA-Präsident Markus Gerber. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.